Hi, ich bin's John von CTA Digital. Ich präsentiere euch heute CTAs neues Playstation 3 Headset. Das wichtigste in einem Multiplayer-Game ist natürlich eine einwandfreie Kommunikation. Genau dafür wurde CTAs Gaming Headset entwickelt. Einer der wichtigsten Punkte bei einem Headset ist natürlich der Tragekomfort. Das CTA Gaming Headset ist mit seinen Ohrmuscheln genau dafür ausgelegt und bietet dir stundenlangen Spielspaß, ohne Ohrenschmerzen. Das Gaming Headset wird direkt an deinem Fernseher mit einem roten und weißen Cinch-Kabel angeschlossen. An deiner Playstation steckst du es mit einem USB-Kabel an. Du kannst also Spielegeräusche und die Chat-Lautstärke unabhängig einstellen. Nicht nur, dass du die volle Kontrolle über die Audio-Einstellungen hast, die Audio-Qualität ist ausgezeichnet mit einem Bass, in den sich jeder Gamer verlieben wird. Du wirst jedes noch so kleine Detail hören und kannst bis halb sechs morgens spielen, ohne irgendjemanden im Haus zu wecken. Ein weiteres Feature ist das abnehmbare Mikro, wenn du zum Beispiel einen Film sehen willst. Sobald du wieder bereit bist für den nächsten Chat, steck es einfach wieder an. Du weißt so gut, schaut auf die Website von CTA Digital für das neuste Spielezubehör. I think we got it on that one. I'm going to start from the last checkpoint. Okay, here we go. They're coming in on the quads. Watch your back, guys. Okay, here we go. 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 Vielen Dank.